und damit herzlich willkommen zu einem unglaublich langen league of legends abend mit kernus an meiner seite und mit meiner wenigkeit clarks bist du bereit für die anzahl der league of legends spiele die wir heute casten dürfen nein wir haben nicht wir haben nicht wie sonst vier spiele wir haben nicht fünf spiele sechs spiele wir haben auch nicht drei spiele auch nicht zwei spielen wir haben ein ganzes spiel für euch nämlich die tiebreaker maus gegen big die sind nämlich unter den punkt gleich alles gleich in der sin league also müssen die noch ein bisschen ausfechten quasi wer da ja die nummer eins ist in der gruppe normalerweise war eigentlich geplant dass wir nach der sin league abgeben an die esel beziehungsweise dass wir das ganze übernehmen und euch dann noch es k gegen schalke gewesen und maus gegen es noch gewesen so rum die hätten wir auch noch übertragen dürfen ist aber nicht weil server sind mal wieder deshalb hier eine vorbereitung bringt nichts ist komplett egal egal ist aber auch dass wir oder nicht egal ist dass wir eben noch diesen tiebreaker spielen dürfen oder kommentieren dürfen den gibt es nämlich gleich muss auch keine mitspielen klark so ich würde ich würde ja auch anschließen zack zack auf der einen seite der support ich meine die big maus wenn den supporter brauche ich hätte eine idee was du bitten könntest oder was man gegen mich bein würde perma band thrash wenn es gegen mich band hat einfach nur angst ich glaube wir sehen auch vielleicht ein luchsband abwarten was die teams da uns heute zeigen ist ja leider wirklich nur ein spiel ich hätte auch gerade so ein tiebreaker wo es um so viel geht immer da sehe ich persönlich gerne auch best of three ehrlich gesagt einfach weil die teams auf einem ähnlichen level sind es verspricht immer einfach eine spannende kiste zu werden aber auch in einem spiel liegt natürlich so ein bisschen die würze weil es geht halt wirklich in einer runde um alles und trotzdem beide teams hier unglaublich ausgeglichen also wirklich ob in der sin league ob in der esl sie gehen immer 1 1 auseinander oder gewinnt eben das eine team die hinrunde das andere team die rückrunde in der esl ist man zwar ein bisschen getrennt in der tabelle aber eben die die der direkte vergleiche sehr wichtig und da nehmen sich beide auch nicht und da bin ich mal gespannt wie das ganze heute funktioniert für beide ja wir werden es auf jeden fall sehen es ist natürlich klar ist es wichtig das bessere seeding zu haben gerade für die playoffs jetzt aber ich glaube dass beide teams hier auch vielleicht noch mal ein bisschen experimentell rangehen könnten trotzdem dass sie vielleicht sagen hey wir versuchen vielleicht mal eine art und weise league of legends zu spielen wie sie jetzt nicht so gängig war zuletzt ich glaube gerade aktuellen meter kannst du auch mal experimentieren du kannst halt mal pics durchbringen die vielleicht nicht ja sag ich mal gang und gäbe sind ich meine wir haben schon oft dann irgendwann die entdeckung gesehen auch in den nationalen gegen ich glaube sonatarek zum beispiel war was was ad hoc mit als erstes ausgepackt hat also wer weiß ob wir da heute vielleicht wieder ein bisschen was genau sehen können auf jeden fall was wir erwarten können ist ein sehr spannendes spiel wie gesagt schon angesprochen big und maus nehmen sich halt nicht sich insgesamt 15 13 15 14 es ist halb wie wieder keine favoriten ich denke hängt immer davon ab auch so ein bisschen gerade in einem spiel auch wie die pick und bann läuft weil auch da hat man sich manchmal es hat zumindest die möglichkeit sich wirklich entscheidenden vorteil zu erspielen gerade jetzt hier auf nationaler ebene wo es auch ein bisschen wilder zu ist also meine heimatregion ist ja die lck da guckt man manchmal und es passiert nicht ganz so viel hier macht man auch ein bisschen tempo sage ich mal versucht eben auch mal über kills vielleicht sich vorteile zu erspielen und nicht nur über crossman plays und da bin ich persönlich sehr gespannt wie die beiden teams heute machen weil ich glaube gerade in der jetzigen meter das early game doch so entscheidend dass sie wie viele platte bekommst du wie viel gold bekommst du klar die show anfälligkeit ein bisschen erhöht hier aber trotzdem wenn du erst mal ein vorteil hast du zu snowballen brandgefährlich für beide und genau darum spielen wir sowas zum beispiel wie lux support weil die im early mit game komplett bastelt und später ist ein kleiner shield bot aber ich meine nun mal zum vergleich sie hat gerade eine winrate auch von 58 prozent auf dem challenger niveau der letzten sieben tage und das sind so picks wo du denkst alter schwede ja das muss hier angegangen werden also das ist das sind so dinge aber ich meine sie zeigt sich halt momentan als super potente support einfach du kannst sie supergut durchbringen also gerade angeschnitten bei der lck muss ich die sowieso noch sagen ich bin ein bisschen enttäuscht von deiner liga ich durfte letzte woche casten wirklich also ich habe meine sinne league vermisst ich habe meine lcs vermisst weil lck wenn irgendwer aus der lck das hört hier faker mach mal hier ein bisschen tempo weil das war nicht schön auf jeden fall also man muss sagen wenn der lck aber wir schweifen vom thema brassen wir reden wie der lck wir können auch über meinen urlaub ich bin der erste arbeitstag war schön direkt mein dänemark so die füße ins meer gehalten vor allem das wetter ich sag dir hier 40 grad geböllert aber da 30 grad mitten am tag abends eine angenehme 18 grad mit einem angenehmen lüftchen was immer wieder so reingeweht kommt also ich war im september weg grad bin ich trotzdem ein bisschen neidisch muss ich sagen aber ich meine das war seid ihr auch gegönnt als caster braucht man glaube ich immer eine woche abstand aber abstand haben wir jetzt keinen mehr denn wir sind ziemlich bereit ja um gleich ins spiel zu gehen da kommt schon der call startet das spiel und das wird auch gleich die pick und ball gestalten können wir gespannt sein ja wer das ganze für sich entscheiden kann ich meine am job haben oft schon eine einschätzung quasi wagen und wir gehen rein gehört schon die sounds sind da wir müssen noch gucken dass natürlich alles richtig rum ist genau also mal abwarten gerade hier war es jetzt so big machen kann ich bin mal gespannt ob der gute white knight heute wieder performt oder nicht aber ein carry bekommt oder eben nicht hat die letzten den letzten wir spielen auch zwei mal kennen bekommen rumble rise also gerade der neue rise ja eine kleine sie wir auf der ap variante mit dem busted wave clear der neue rei also ich weiß nicht was war jetzt ich dachte so ich fand drei es an sich natürlich schwierig zu balancen weil er war im competitive immer gut und für die solo cure so ja schwierig umzusetzen und jetzt haben sie gesagt gut der competitive ist doch schon stark machen wir das so noch stärker warum auch nicht und das halt die sache ist dadurch wird jetzt in competitive wahrscheinlich auch wieder ein bisschen freundlicher oder mit besser dabei sein ja wir können gespannt sein was ich auch interessant finde dass man die morde gegen tolkien gebannt hat morde hatte ja auch zweimal gespielt in der letzten zeit das auch erfolgreich demzufolge muss ich mal finde ich interessant dass man morde wirklich raus nimmt hat man ja gerade auf dem pro play nicht ganz oft gesehen wurde ja auch gehot fix ist durchaus ein starker champion mit dieser mechanic dass er wirklich jemand raus im kratz und du hast eben die countermöglichkeit mit einer qss darf man alles nicht vergessen Jumi auf der nächsten seite auch noch rausgenommen einfach noch die katze wenn du sie wirklich mit einer civie oder einem ähnlichen champion kombinieren kannst ist sie saustark definitiv da muss man ein bisschen aufpassen beide seiten jetzt noch mit einem band zur verfügung mal schauen wofür man sich da entscheidet ist halt wie gesagt auf dem aktuellen patch schon mal ein bisschen schwieriger und wir werden sehen was es denn im endeffekt wird und wir kriegen gerade die regie stellt uns gerade noch eine schöne info durch es elfen doch statt leute das heißt wir haben doch einen langen league of legends abend dazu wie das aber alles läuft kommen wir nach nach dem game nochmal erklären euch das ganze das jetzt schön das finde ich gut ich habe mich so gefreut heute wirklich mehrere spiele zu casten und eben die enttäuschung ja ich dachte wir kasten 1 aber jetzt kriegt ihr heute fünf games auf eure augenlein wird gut erst mal aber wie gesagt der tiebreaker in der sinn liegt er ist gerade erst mal am wichtigsten hat die höchste priorität und zwar mit ihre japan jetzt erstmal noch und maus darf das ganze jetzt noch abschließen was kommt mit dazu man will die sie wenig haben vollkommen nachvollziehbar wenn sie natürlich mehr vorangegangen wurde inzwischen ja rakan ksei aber natürlich auch würdest du als first pick vermutlich nicht nehmen weil du rakan normalerweise auch also du kannst eben auch andere kombinationsmöglichkeiten nehmen trotzdem mal was der first pick wird du hast viele powerpicks auf sind wie zum beispiel der arthrocks wie rise das heißt es wurde ja auch wieder ein bisschen gebuff wir spielen auf dem aktuellen patch das man ja auch nicht vergessen gerade bei sidus weiß man noch nicht ganz genau wo die reise jetzt wirklich hingehen soll die base werte minimal erhöht aber mit arthrocks hat man jetzt hier einen saustarken flex pick für die topside für die mitte oder auch für den jungle gerade john art und white knight wissen damit umzugehen und manche matchups macht eben auch durchaus noch in der mitte sind ja definitiv so ja wenn und jetzt mal gucken was man also ich habe natürlich für shadow mit dabei shadow auf seiten von maus ja aber auch tolkien spielt also man merkt schon beide teams orientieren sich hier so ein bisschen an den flexpicks das ist super lustig es gab letztens diesen kleinen talk so mit ein paar leuten also ein paar spieladen auch franz war zum beispiel mit dabei so da war mit dabei diesen kleinen ja deutsche szene talk sag ich mal dachregion talk da wurde wieder so ein bisschen ausgekramt dass tolkien ja früher eigentlich dieser jamen spieler war fand ich super lustig weil man hat gesagt ja das gar nicht mehr aber er hat keine wahl wenn der coach sagt du spielst jamen dann spielst du jamen definitiv so tarik finde ich jetzt sehr spannend schwierig vor allem weil sona tam kenj ist auch eine variante eben theoretisch könnte big jetzt richtig frech sein und sagen du nimmst mir meinen inhalter von meinem blättchen weg ich merke das ich merke das du hast ein blättchen ich hab ein köpfchen aber ich hab's mir gar nicht aufgeschrieben auf dem blättchen oh mein gott mein twist mindblown plot twist so rum jetzt verbinde ich schon worte die nicht zusammen gehören na gut kommen wir zu den piks also wird zwane doch gehabert der wird auch äh oder wurde er schon oder wird er auf dem nächsten patch erst ich bin grad gar nicht sicher patchnodes ich hab ich hab tft patchnodes bekommen aber gerade nicht unbedingt alle vom liveserver ist jetzt aber sowieso erstmal egal dann wird er wird doch nicht gepickt stattdessen kommt nen iwan nice don arts ich liebe dich das ist schon mal richtig gut wir haben mal wieder einen iwan in der pro szene im jungle würde ich jetzt mal meinen lux wird vermutlich auf die support position gehen aber wobei sie auch ein kleinerer flexblick ist für die mitte allerdings nicht auf der support position wir haben es gerade angesprochen mit der win-win von 58 prozent ein bisschen wohler fühlt auf der anderen seite gibt es noch den swain, swain, tarik auch eine möglichkeit das ist tatsächlich was habe ich sogar selbst schon häufiger gespielt weil es einfach so lustig ist du hast halt diesen infinite cc gefühlt weil tarek stunt, swain zieht ran, swain stunt, tarek stunt hinterher es ist einfach es ist disgusting für den gegner muss man sagen aber es ist halt wirklich eine gute kombo ähm und mal schauen wie man das ausspielen kann erstmal nochmal die nächsten bands, caitlin raus caitlin scheint momentan auch immer weiter beliebter zu werden grad in der scs hatten wir so die ersten picks gesehen und dann haben wir auch auf den nationalen liegen und auch in anderen ligen so langsam gesehen dass die spieler merken ja caitlin kann man gut nehmen ist grad halt für belagerung super gut wenn du halt ziehen willst mit den traps kannst du super gut arbeiten und ein guter caitlin spieler wird eben auch belohnt dann hast du jetzt letzte mal so ein base ad plus zwei glaube ich base ad bekommen ist halt nichts ist quasi fünf movement speed von die rea weg aber die kamerband finde ich interessant wurde eigentlich ziemlich genervt eine sekunde weniger e dauer das bedeutet weniger shield und auch weniger tempo aber sie ist trotzdem finde ich immer noch ein guter charakter sie ist halt nicht tot genervt oder sie kommt da draus klar es trifft sie extrem aber ich glaube gerade als flex pick kannst du diese momentan immer noch gut nutzt weil sie kannst die top mitte und board lane auf beiden positionen ich bin ich meine wenn man ehrlich gesehen reckless zum beispiel er hatte auch mal oder was bei den rift drive jetzt glaube ich er hat auch mal eine ad also carry karma auf der board lane gespielt ist ja nicht ad in dem sinne aber quasi als adc auf der anderen Seite noch Ezreal rausgeband das heißt man geht hier quasi an da will man gucken dass da hier wirklich nicht an seine picks kommt und jetzt kann big das ganze noch abschließen mal schauen was die noch rausnehmen es wird im endeffekt der twisted fade der vorhin von ihnen selbst gehovert wurde aber natürlich auch noch mal cc also catch kommt technisch während tf jetzt auf seiten von maus super gut gewesen ja naja neid hat halt schon tf gespielt auch mit erfolg gerade wenn du aus der mitte druck machen kannst die push prio gaunern kannst und dadurch die sidelines belagerst ist das ein pick der durchaus starkes gerade mit dem one shot potenzial später ist man ihn hier rausnimmt finde ich durchaus nachvollziehbar wobei man noch nicht wirklich weiß auf beiden seiten nicht wirklich weiß wo in die reise hingeht also klar du hast den tarik du hast den swain das verrät vermutlich schon die board lane aber auch selbst das rein auf dem platt papier flexbar also beide teams nämlich ja noch nicht ganz so viel jetzt muss allerdings muss man einmal schauen dass big das ganze auflöst mit iwan hat man ja den jungler schon bereit looks vermutlich der supporter würde mich freuen wenn man jetzt vielleicht noch sowas den ad carry noch mal dazu und vane jetzt hier auf jeden fall auch dabei finde ich interessant vane looks eine kombination die man gar nicht so oft sieht ja vor allem vane mit luchs und iwan das jetzt wieder protect the ad carry kommt in einer sehr schönen form ja also allgemein vane jetzt zuletzt wieder so ein bisschen unter dem radar gewesen wir hatten eigentlich im springsplit eine phase ich meine gerade so look hier aber auch competitive in dem man gesagt hat ja vane ist eigentlich kann man spielen und vladimir jetzt noch mit dazu ich bin mir gar nicht so sicher hat mir der vladimir gefällt vladimir ein unglaublich starker power pick bei ihm ist das problem aber auch zeit die aktuelle meta ist sehr schnell das heißt vladimir hat eine halbwegs sichere lane mit dem pool hat ein super sustain kommt klar kommt an seine minions braucht aber seine zwei items um wirklich nützlich im team zu sein das heißt du hast später mit vane vladimir eine extrem gute late game kommen gerade noch mit dem schild die du gerade angesprochen mit iwan mit der luxe in der win condition ist es aber eigentlich quasi zu stallen mit game nicht behind zu fallen dein einziger punkt der wirklich was reißen kann ist eigentlich die luxe zusammen mit dem arthrox selbst ein iwan wird nur dann bedroht wenn er nicht nach vorne spielen kann wenn wenn der gegner ihn entwählen kann und genau diesen faktor sehe ich weil du beide side lanes vielleicht nicht optimal spielen kannst mit dem vladimir vielleicht auch in die mitte geht würde mir vielleicht sogar besser gefallen Einfach weil du das müssen die top sein halb sie sicher spielen könntest aber auf der anderen seite finde ich vom gefühl hier im early mid game deutlich runder Ja definitiv auf der anderen seite der abschluss noch mit nah sehen wir auch nicht mehr so oft finde ich aber es ist ein schöner pick Einfach weil er später für die team für zu super wichtig werden kann gerade in kombination mit jarwin und nico also teamfight technisch ist maus richtig gut dabei normalerweise die letzten team kommst die wir von ihnen gesehen haben immer so jeder kriegt sein carry Und sie hoffen halt dass ein oder zwei leute gut ins game kommen ja das war so ein bisschen meistens waren es dann halt shadow auch tolkien natürlich gerne mal Aber weil alle hatten dann schon mal gute games genauso auch neid Aber jetzt haben sie meine team kommt ihr wirklich sagt hey wir sind halt ein team wir draften füreinander und mal schauen wie sie eben das jetzt ausspielen Es ist es ist sehr klassisch wir haben auf der einen seite wirklich protect the ad carry late game Und auf der anderen seite aber diese teamfight wombo kombo mit nico mit harry x wayne dann kommt noch der gnar der java also alles Spricht dazu einfach rein zu die Und zu sagen komm java und Kombination mit gnar und wir töten alles auf der anderen seite muss man wirklich sagen ab drei zum spriten riesen problem Und mal schauen wie es gleich weiter geht ja definitiv gleich heißt nach drei minuten wenn man eine kurze pause renn nicht zu weit weg bis dann 0 Ich bin 2 0 5 1 5 2 3 3 4 5 4 5 Jungs Let the memory of you know Even though I Let the memory of you know 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 Let's see Let the memory of you know Let's say Let the memory of you know Let the memory of you know Let's say 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 Let's say